Vor ein paar Tagen hat Lisa Mischke ihr Liebesaus mit David Jackson bekannt gegeben. Er soll sich per Telefon von ihr getrennt haben. Nun hat auch der Ex-Bachelor sein Schweigen gebrochen. Vor wenigen Tagen gab Lisa Mischke, 33, die Trennung von David Jackson, 34, bekannt. Der Ex-Bachelor habe per Telefon mit ihr Schluss gemacht, erzählt sie in einem emotionalen Video auf Instagram. Nachdem es bei den beiden zu Streitereien gekommen war, wollten sie sich aussprechen, sobald David aus Dubai zurück ist, doch dazu kam es nicht mehr. Er hat mich dann letzte Woche Dienstag angerufen, als seine Family weg war und hat die Beziehung mit mir beendet. Klammer Punkt Klammer Für mich war das so, als wenn ich wertlos wäre, berichtet Lisa ihren Followern mit Tränen in den Augen. Warum David sich getrennt hat, ist unklar. Der 34-Jährige hat sich jedoch jetzt endlich auch selbst zu dem plötzlichen Liebesaus geäußert. David fällt es sich sichtlich schwer, die richtigen Worte zu finden, als er sich in seiner Instagram-Story zurückmeldet. Er erklärt, es ist eine emotionale Erfahrung, die jeder für sich durchmacht und jeder geht anders damit um. Jeder geht anders mit Verlust um. Jeder geht anders mit Schmerz um. Jeder verarbeitet seine Gefühle anders. Auf die Gründe, die zur Trennung geführt haben, geht er nicht ein. Auch erklärt er nicht, warum er Lisa per Telefon abserviert hat, statt ein persönliches Gespräch abzuwarten. Der 34-Jährige macht jedoch deutlich, dass Lisa und er unterschiedlich mit dem Trennungsschmerz umgehen. Es ist alles okay, was man tut, um Gefühle loszulassen, um sich besser zu fühlen. Ob man Zeit alleine verbringt, ob man verreist, ob man es auf Social Media teilt. Ob man zur nächsten Party geht, wenn es einem gut tut, was ich nicht mache. Am Ende sollte man nichts verurteilen. Während Lisa den öffentlichen Weg geht und ihre Follower an ihrem Herzschmerz teilhaben lässt, möchte David die Trennung auf seinen Social Media Kanälen nicht weiter thematisieren. Ich mache Sport, der tut mir gut. Ich schreibe super viel und bin an der Stelle einfach gerne alleine. Was ich aber nicht mache, ist, hier meinen Heilungsprozess zu teilen. Ich bekomme schon genug Nachrichten und Fragen dazu. Das würde dann kein Ende nehmen, das hilft einfach nicht. Trotz Davids eher unfeinen Art, Schluss zu machen, scheint zwischen den beiden kein böses Blut zu fließen. Bleibt zu hoffen, dass das so bleibt.